Wir befinden uns in der Straße von Rav Yehuda Getz. Rav Yehuda Getz war der Rabbiner von dem Kotel. Der kommt ursprünglich aus Tunisia, Tunis. Und seine Vorfahren kommen von Spanien. Und Urgroßfahrten kommen wahrscheinlich von Deutschland. Also Familie Getz kommt wahrscheinlich von Deutschland. Getz bedeutet eine Funke von Feuer. Es gibt Feuer und es laufen solche Funken auf alle Seiten. Das heißt, jetzt ist Koja.